Hallihallo YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Anhand des Videotitels dürfte klar sein, dass es heute um das Thema Gaming-PC-HT-PC selber bauen geht, allerdings in einer etwas anderen Art und Weise. Erst kürzlich gab es das Video zum Cooltech U2, verbunden mit der Frage, wie wäre ein PC-Bau inklusive dem U2? Einige Zuschauer sind der Auffassung, dass es unmöglich sei, einen Gaming-PC zu bauen auf Basis des U2. Immerhin betitelt Cooltech dieses Gehäuse eher als ein HT-PC-Case, als dass es für einen Gaming-PC geeignet ist. Jetzt stellt sich die Frage, was darf es denn sein? Gaming-PC oder HT-PC? Und hier kommt ihr, meine Abonnenten, ins Spiel. Ihr habt die Möglichkeit, darüber abzustimmen und das geht wie folgt. Erstens könnt ihr auf klassischer Art und Weise einen Kommentar hinterlassen, wie zum Beispiel Gaming-PC bzw. HT-PC. Außerdem könntet bzw. solltet oder anders ausgedrückt, es wäre schön, wenn ihr meinen Kommentaren einen Daumen nach oben geben würdet für den PC eurer Wahl. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass der PC mit den meisten Kommentaren und positiven Bewertungen gewinnt und in den darauffolgenden Wochen hier auf diesem Kanal entsteht. Damit endet die heutige Durchsage und falls jetzt noch jemand zuschauen sollte, würde ich mich über interaktive Aktionen freuen. Dazu zählen zum Beispiel positive Bewertungen, Kommentare, das Video zu teilen via Facebook, Google+, Twitter und Co. und all das, was man sonst noch mit einem Video machen kann. Bis zum nächsten Video. Ciao!